Musik Die Universitätsstadt Cambridge liegt etwa 80 Kilometer nordöstlich von London im Osten Englands. Berühmt sind die University of Cambridge, das King's College, die Universitätsbibliothek sowie das Trinity College. Die Stadt hat etwa 120.000 Einwohner, 22.500 davon sind Studenten. Der Finschka Thomas Stecher lebt seit 2006 in Cambridge. In Cambridge bin ich jetzt seit 2006. Ich bin vorher in New York gewesen, habe in New York studiert. Und seit 2006, also 2006, habe ich in Cambridge angefangen Doktorat zu schreiben. Und das habe ich letztes Jahr fertig gemacht und jetzt bin ich da als Forschungstudent. Thomas Stecher entwickelt theoretische Modelle für die Chemie. Zu kompliziert, um es kurz und verständlich zu erklären, meint er schmunzelnd. Cambridge ist längst seine zweite Heimat geworden. Gäbe es keine Autos, moderne Geschäfte und so viele junge Menschen, die in den Straßen der Altstadt unterwegs sind, es wäre hier wohl wie vor 600 Jahren. Cambridge geht zurück auf, also Gründungsjahr ist 1209. Und viele Kolscher sind eben im 13., 14., 15. Jahrhundert Gründer geworden. Dann hat es mal eine Pause gegeben und ab 1800 sind noch wieder mehr Kolscher Gründer geworden. Aber es ist ziemlich viel, ist schon ziemlich mittelalterlich. Thomas hat allerdings nicht mehr viel Zeit, um uns weitere Sehenswürdigkeiten zu zeigen. Denn er will heute Abend noch nach London. Jedes Jahr treffen sich Ende Jänner rund 150 bis 200 Südtirolerinnen und Südtiroler im Parkplaza-Hotel im Londoner Stadtteil Victoria. Eine kräftige Portion Heimatgefühl bei zünftiger Musik und Südtiroler Sekt gibt es schon gleich zu Beginn. Die Südtiroler Mander sind eigens aus dem Villenösttal angereist, um hier aufzuspielen. Die meisten der Gäste sind nicht zum ersten Mal hier, um sich auszutauschen und die Verbindung zur Heimat gemeinsam zu erleben. Ich freue mich schon Monate vorher auf dieses Event. Ich freue mich auch, wenn sonst noch Südtiroler uns besuchen kommen hier in London. Es ist schön zu sehen, wie jedem die Stadt gefällt, was für Eindrücke die Stadt, in der wir jetzt leben, den Freunden macht, die aus Südtiroler uns besuchen kommen. Also es ist sehr schön und dieses Event ganz besonders finde ich echt toll. Ob Banker, Studentin, Forscher oder Hotelkaufmann, die Südtiroler in England kommen aus den verschiedensten Bereichen und Branchen. Und jedes Jahr sind auch ein paar neue Gesichter dabei. Wo kommst du denn her? Aus Ecken. Aus Ecken? Und was treibt dich nach London? Eine lange Geschichte. Erzähl sie ganz kurz. Ich habe in Wien studiert, aber heute war es zu langweilig. Und London ist cooler als Wien? Auf jeden Fall. Was machst du da? Ich arbeite in Public Relations. Also für die ganzen Clubs, die PR. Für die, wie sagen wir, Western Clubs, Mayfair. Der Stargast des heurigen Südtiroler Treffens ist der aus Stärzing stammende Schönheitschirurg Rudi Untertina. Er blickt zurück auf ein spannendes und abwechslungsreiches Leben in den USA. Derzeit lebt er in Kanada. Ich glaube, ich lebe mit der Philosophie, dass ich Nummer eins das Land nie verlassen habe. Ich musste eine Zeit lang weg und da habe ich mir gedacht, ich komme zurück, ich komme zurück, ich komme zurück. Und ich denke an das jeden Tag, dass ich früher oder später sicher wieder da lande. Ich will nicht im Ausland sterben. Und obwohl ich im Ausland, das Ausland hat mir große Karriere gegeben und ich habe Medizin studiert, ich war Botschafter des Landes. Aber im Herzen bin ich immer ein Cityroller geblieben und werde Allmahner bleiben. Cheforganisator und Gastgeber Kurt Kuhn ist mit dem bisherigen Ablauf des Abends zufrieden. Zum 21. Mal organisiert der Vizepräsident der Parkplaza-Hotelgruppe das Südtiroler Treffen. Vielleicht zum letzten Mal? Ich gründe eine eigene Firma und dann mache ich vier Parkplaza, mache ich Special Projects. Ich habe schon ein Projekt und dann auch vielleicht für andere Personen. Die Idee ist, anstatt sieben Tagen zu arbeiten, vielleicht drei oder vier. Vielleicht heißt, du weißt noch nicht, ob dir das gelingt? Ja, werden wir sehen. Wir wünschen es dir auf jeden Fall. Was wird aus dem Südtiroler Treffen? Wird es denn nächstes Jahr eines geben? Ja, ich hoffe, dass wir es schon machen können. Irgendwie, irgendwie versuchen wir es. Eigens aus Südtirol eingeflogen wurde Anneliese Breitenberger, die natürlich einen Jodler zum Besten gibt. Ganz zur Freude der Anwesenden. Für sie ist es nicht das erste Südtiroler Treffen im Ausland. Die Jodelkönigin war schon mit Altlandeshauptmann Silvius Maniago bei ähnlichen Treffen zu Gast. Silvius hat immer gesagt, Madl, jetzt muss ich wieder mitkommen. Die Leute wollen die Jodeln hören. Denn damals, die haben mich hingestellt, Gitarre gespielt und geodelt. Also nicht lange Verstärker gebraucht. Das hat es damals nicht gebraucht. Das braucht es auch heute nicht. Zum Essen wird natürlich Südtiroler Wein gereicht. Auch für die aus der Heimat angereisten Gäste ist das London-Treffen ein Highlight und gleichzeitig eine Möglichkeit, ein bisschen Südtirol in London zu präsentieren. London ist eine Plattform international im Wirtschaftlern und natürlich auch im Weinbereich. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass ich zwei Weine da präsentieren darf. Einen Weißburgunder und einen Merlot. Während die einen das Buffet stürmen, genießt Anita Hohenecker ein paar Häppchen Heimat. Das wahre Heimatgefühl geht schließlich durch den Magen. Du hast da einen Kräuterkas oder was hast du da? Das, das habe ich mir sagen lassen, ist die Kräuterhexe und schmeckt wunderbar, wirklich fühlt mich wie zu Hause. Sich wie zu Hause fühlen. Und wenn es nur für einen Abend ist. Dieses Gefühl genießt auch Thomas Stecher. An diesem Abend in einem Londoner Hotel, rund 1200 Kilometer von Südtirol entfernt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017